Einen gefunden! Ich habe kein Ziel! Ich habe kein Ziel! Ich habe kein Ziel! Irgendwas war das gerade was anderes! Ich habe kein Ziel! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss zuerst einstellen. Du bist so ein schwarzer Panther, ja du bist ein schwarzer Panther, das heißt ich kann dich gerade weiter brauchen. Mann, Mann, Mann. Da liegt ein Dino. Dino Schuppen nehme ich mir auch natürlich ganz gerne. Aber Geh wegen Drang, die sind ausgestorben. Ja, ich weiß. Komm trotzdem in meine Sammlung. Ich habe kein Ziel. Scheiße. Oh! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay. Ich muss mich an den Weg geben. Ich muss mich an den Weg geben. Ich muss mich an den Weg geben. Komm, zwei brauche ich noch. Ich weiß, dass ihr hier seid, kommt her. Ah, da ist er noch. Ich habe kein Ziel. Nummer vier. Nummer vier. 5 wäre jetzt auch noch cool. Kommt, Stufe fünf. Nummer fünf. Mein Gott, bin ich halt wieder motivierend. Nummer vier. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nummer vier. Nummer vier. Nummer vier. Nummer vier. Oh mein Gott, Stufe 27 erreicht. Hurra. Wir haben uns in die Stufe 24 gekämpft. So. Und jetzt sind wir ganz nah bei eins. Schlingendontal ist übrigens bis 35 sehe ich gerade. Also da sind wir noch eine ganze Weile. Also gehen wir zu eins hin. Das ist jetzt quasi so irgendwo so ein Boss. Ein Bosspainterchen. Nein, du hast es halt nicht. Da unten sind andere Dinge, die mich jetzt nicht stören sollten. Hm? Ich glaube der Hand. Ich glaube zwar instinktiv, dass wir irgendwann einmal sowieso zu diesem... Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reisweite. Ich brauche ein Ziel. Okay, dann muss ich wohl definitiv noch nicht rein. Aber wahrscheinlich bald. Ich bin außer Reisweite. Ich nehme gerne alles mit, was nicht niedrig und nagelfest ist. Halte Rollenspielregel. Was war das jetzt? Da kommt einer und schießt auf mich. Ich habe ihm doch gar nichts getan. Da kommt einer... Pfft, dort. Ich möchte doch nichts weiter als ein Tier dort töten. Einen Gegner mitzeln. Da sind Sie das erstmalig? Ah, mein Lötchen geht's gut. Gut. So I'm not for right on. So. Ah, da ist er. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Sooo, rund! Untertitelung des ZDF, 2020 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 habe kein Ziel Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist niemand Das Ganze geht mir so ein bisschen am Nerv, dass man gerade, dass sich das da überhaupt keinen Händler gibt doch, da ist einer, ein Händler, ein Händler Kann ich euch helfen? Ein Händler, ja, ich kann's mir helfen Ich hab so viel Schrott gesammelt Ich hab so viel Schrott! Okay, ich hab' so vielelas, aber ich ble cuent mir vertraut, dass das, ich Hawaite dir auch mal sehr Klarbel, ein Händler, ein Händler, ein Szenier, ein Händler, 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 ein Ziehe den Ehrenfreund Ja ich ziehe den Ehren. Gut guck wir ehren uns mal weiter um. Hallo mein lieben Freund das war es von meiner From Zero to Heroes. Ich hoffe es hat euch gefallen und wie immer Daumenrufen und Abo würden mich freuen. Unten in der Videobeschreibung der Link zum Leblunk mit dem ich der Ehlers Cross Online Let's Play und natürlich der Link zu meinen laufenden Let's Plays. Ich verbleibe dann mal als euer Gaming Dragon mit einem heißen Forio für diesen Part.